Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Drei, zwei, eins. Oh, viel mehr, viel mehr. Wie selbstbewusst die auch noch geschrieben hat. Jetzt hab ich so verunsichert. Was hast du? Die Frage wäre für dich, Marie. Ja, dachte ich mir. 194. Was hast du? 126. Hatte ich richtig. Aber es hat sich zu wenig angefühlt. Ich dachte, das kann nicht sein.